Lady Gaga Art Pop Ihr Debütalbum und die Zeit von Ride on my Disco Stick waren on. Lady Gagas Agentur wollte, dass wir ein Interview mit dieser neuen, trashig-grellen Künstlerin machen. Wir so, hä? Geht mal lang heim mit so'n Quatsch. Dann wurde Lady Gaga ein Weltstar und wir, so klein mit Hut, äh, können wir jetzt dieses Interview doch noch machen? Management zu Recht, äh, verpisst euch ihr Maden. Die sehen wir auf dem Weg nach unten aber nochmal wieder. Denn auch das dritte Album, Art Pop, ist letztlich so lasch und unlegendär wie sein Vorgänger Born This Way. Null Pop-Magic, nix mehr, Alejandro oder You and Me Can Run A Bad Romance. Wenn sich das Tatütata um die neue Platte gelegt hat, wird davon vor allem eins bleiben. Nichts! Sous-titrage ST' 501 Bis zum nächsten Mal.